Nummer 94 Also ich würde selbst nicht auf einen Terrüren oder einen Drünen, weil die einfach sehr reichlich sind. Und von daher ist es eben halt nicht schlecht. Also da sagt sie, ja, und da habe ich aber auch ganz klar viel gesagt, ja, du meinst nicht, das kannst du auch noch nicht machen. Hätte ich mal ein Dosselaufen sollen. Hätte ich mal ein Dosselaufen. Und er zeigt schon 36,44.